Hey, schaust du heute noch eine Folge deiner Lieblingsserie, vielleicht sogar Game of Thrones? Was die Rückblende am Anfang einer Folge mit dem Deutschunterricht zu tun hat, das erkläre ich dir in diesem Video. Hey, ich bin Arnold und ich erkläre euch heute. Diese Staffel vergeht wie im Flug, schon bei Episode 4 angekommen. Jetzt habe ich aber ein paar Tage nicht mehr reingeschaut und bin doch recht froh, dass in der Rückblende nochmal die wichtigsten Ereignisse genannt werden, die zur aktuellen Folge geführt haben. Diese Rückblende ist ähnlich wie eine Kontextuierung im Deutschunterricht. Man nennt hier nämlich nicht alle Ereignisse, die zuvor geschehen sind, sondern nur diejenigen, die für das aktuelle Geschehen wissenswert sind. Meistens lautet die Aufgabe bei einer Kontextuierung, einen zum Beispiel in der Klausur vorliegenden Textauszug innerhalb des Gesamtromans, Dramas oder Ähnlichem zu kontextuieren. Im Unterschied zur Inhaltsangabe müssen wir hier nicht den ganzen Text oder das ganze Buch zusammenfassen, sondern lediglich einen Auszug im Verhältnis zum Ganzen zeigen. Bei der Kontextuierung geht es also darum, welche Relevanz die vorherigen Inhalte im Hinblick auf die Textstelle haben. Das ist jetzt vermutlich noch ein bisschen abstrakt, deswegen mal ein Beispiel aus Goethes Faust. Ihr bekommt eine Textstelle, in der Faust gerade mit dem Teufel einen Pakt eingeht. In der Kontextuierung müsst ihr nun schildern, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Damit Faust den Pakt überhaupt eingeht, müssen beispielsweise seine wissenschaftlichen Entgrenzungsversuche gescheitert sein. Seine damit verbundene Verzweiflung ist schließlich ebenfalls eine Voraussetzung für die Wette. Auch dass er meint, er habe keine Angst vor Mephisto, ist eine wichtige Information. Ich hoffe, dass es dadurch jetzt ein bisschen klarer geworden ist. Zu Aufbau, Stil und Form einer Kontextuierung. Schreibt unbedingt sachlich und im Präsens Vorzeitigkeit könnt ihr durch das Perfekt anzeigen. Fasst die wesentlichen, initiierenden Ereignisse zusammen, die zur Textstelle führen. Gebt nun eine kurze Inhaltsangabe der Textstelle, die ihr vor euch habt. Nennt hier auch die Bedeutung der Textstelle innerhalb des Gesamtwerks. Handelt es sich um einen Wendepunkt oder eine zentrale Textstelle? Wie? Was? Jetzt doch eine Inhaltsangabe? Ja, ihr müsst von der Textstelle, die ihr vor euch habt, auch eine Inhaltsangabe geben. Die Kontextuierung bezieht sich dann darauf, wie die Textstelle im Gesamtwerk zu verorten ist. Also, erst kontextuieren, dann die Textstelle zusammenfassen, überlegen, welche Bedeutung hat das Ganze im Gesamtwerk und ein kurzer Ausblick, was wird durch die Textstelle ausgelöst. Also, zu was führt beispielsweise der Pakt mit dem Teufel im Folgenden. Dieser Ausblick sollte sich aber unbedingt auf ein bis maximal zwei Sätze beschränken. Das eine ist immer zu verstehen, wie etwas funktioniert. Aber warum muss man das denn machen? Die Kontextuierung ist im schulischen Bereich im Wesentlichen eine Vorbereitung auf die Interpretation. Hier weist ihr als Schüler nach, dass ihr die vorliegende Textstelle auch in einem größeren Zusammenhang verorten könnt und dass ihr Zusammenhänge zwischen Teil und Ganzem erkennt. Das ist eine Denkfähigkeit. Schlussendlich kann man festhalten, dass ihr also den Text im richtigen Kontext, deswegen auch Kontextuierung, festhalten könnt. Hierfür müsst ihr die richtigen Inhalte entnehmen und Teil und Ganzes richtig verknüpfen.